Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchener und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir über PvP uns erspielen können. Und zwar haben wir da dieses schicke Schneckenmount. Die Schnecke schimpft sich einmal, boshafte Kriegsschnecke. Und ja, das ist einmal das Season PvP Mount aus der zweiten Season. So sieht das schöne Ding aus. Machen wir einmal auch das Mount Special noch an. Dann, wie bei den meisten Schnecken, verkrümelt sie sich einmal in ihr Schneckenhaus. Und es gibt da übrigens zwei Versionen. Einmal die Allianz-Version, die hat hier einfach eine Flagge, die so ein bisschen im Bläulich gehalten ist. Und dann bin ich parallel auf dem zweiten Account noch einmal auf meinem Horden-Char. Und ihr seht, der ist auf demselben Mount. Also das Viech sieht eigentlich genauso aus, bloß dass hier die Flagge rötlich gehalten ist. Also heißt auch tatsächlich gleich, wenn ihr euch ein Mount erspielt, dann kriegt ihr quasi sowohl die Allianz als auch die Horden-Version. Ich weiß nicht, ich glaube, der Panzer ist noch ein bisschen anders, oder? Hier ist er einen Ticken heller, wenn ich das jetzt gerade hier so sehe. Und bei dem ist er ein bisschen dunkler. Also einen Ticken anders sehen sie tatsächlich schon aus, fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus, ne? Also das ist, glaube ich, nur die Panzerfarbe. Wobei, ich muss sagen, die Allianz-Version gefällt mir fast ein bisschen besser, wenn man es jetzt so... Ja, das Hellere gefällt mir fast ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber es nimmt sich nicht viel. Genau. Das sind soweit die zwei Mounts. Und wo gibt es die jetzt her? Naja, wie es schon in den letzten Seasons auch, ist es so, dass ihr einmal in einem der gewerteten PvP-Brackets eine Wertung von 1000 erreichen müsst. Und dann für jeden Sieg in den jeweiligen Bracket bekommt ihr Punkte, beziehungsweise Prozente für einen Balken. Wenn ihr den Balken auf 100% bringt, dann gibt es das Mount. Und jedes Mal, wenn ihr den Balken weiter auf 100% bringt, gibt es einen schrecklichen Sattel. Und mit diesem schrecklichen Sattel könnt ihr dann alte Season-Mounts kaufen. Das heißt, wenn die Season jetzt schon vorbei sein sollte, wenn ihr das Video guckt, könnt ihr das in der nächsten Expansion über so einen Sattel das Mount trotzdem noch holen. Ihr kriegt im 2 gegen 2 etwa 0,24% pro Gewinn über 1000 Rating. Im 3 gegen 3 1,25%. Im Solo-Shuffle 2,08%. Achtung, hier müsst ihr aber 3 von 6 Spielen gewinnen, dass es diese über 2% gibt. Und im RBG gibt es 2,5%. Sobald ihr den Balken aufgefüllt habt, kriegt ihr automatisch euer Mount ins Mount-Channel. Genau, soviel dazu. Jetzt sind es noch genau 2 Wochen, das Season-Ende ist. Deswegen, ich habe es jetzt absichtlich ein bisschen später gemacht, das Video, um es noch mal so einen kleinen Reminder rauszuholen. Hallo, ihr habt jetzt noch 2 Wochen. Am 8. kommt ja der Patch raus. Und dementsprechend habt ihr jetzt noch 2 Wochen, euer Season-Mount fertig zu machen. 1000 Rating ist jetzt nicht so krass quasi zu bekommen. Auch wenn man jetzt kein PvP-Spieler ist. Wenn ihr das Mount unbedingt haben wollt, dann ist da jetzt noch Zeit, ein bisschen reinzuprogressen und euch vielleicht diese nette Season-Belohnung noch mitzunehmen. Das war es soweit an Video-Guide für das kleine Mount. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao.